Morgen. Guten Morgen Berlin. Nie wieder alleine aufwachen. Hier ist RBB 88.8. Hier ist Antenne Brandenburg. Ihre Lieblings-Morningshows. Jetzt live im Fernsehen. The sun always shines on TV. Aktuelle Verkehrsticker. Es ist schon recht voll auf den Straßen in Berlin. Zwischen Bukau und Steinberg läuft momentan ein Rind auf der Straße. Nachrichten und Wetter. Wie wirklich Montag kann eigentlich ein Wetter sein? Live-Camps von den Dächern von Berlin und Brandenburg. Auf jeden Fall nicht langweilig. Und natürlich mit der schönsten Musik. Montag bis Freitag von 6 bis 8 in RBB Fernsehen.